Was haben wir denn hier? Ja, ja, eine Nebenchrist. Das kann auch nicht sein. Ich habe und euch dafür bezahlen werde, dass ihr meinen Auftrag erledigt. Ihr werdet euch an meiner Stelle mit den Separatisten, den Minen und dem Viehzeug rumschlagen. Ich brauche nur die Koordinaten. Dann bin ich unterwegs. Großartig. Ich gebe euch alle Daten und Karten, die ich habe. Wenn ihr das überlebt, dann habt ihr mehr drauf als ich. Und hey, ich will wirklich nicht, dass euch etwas zustößt. Ich will nur, dass die Sender verschwinden. Also seid vorsichtig, ja? Was? Du nicht sagst, mein Freund oder meine Freundin oder whatever. Da komme ich her. Ich muss... Ne, da komme ich her. Muss ich hier? Ne, da lang muss ich. So, dann gucken wir einfach mal einen Moment. Genau, da oben muss ich hin. Weiß ich, ich muss jetzt gleich hier die Abzweigung nehmen. Das sind sogar schon Gegner. Greif ich es an. Ja, komm. Jawohl. Sehr gut. Jetzt muss ich mal gucken, was war denn hier mein Aufladen? Auf und... Ja, da ist es. Genau. Alles klar. Genau, genau das habe ich gesucht. Das ist die Abzweigung. Er wechselt aber hier nicht automatisch die Gegner. Fällt mir mal gerade so ein. Oder auf. Muss ich das vielleicht hier auch noch einstellen? Dann muss ich aber zu meinen Optionen... Pass auf, ich mache es jetzt einfach mal. Einstellungen... Benutzeroberfläche... Gespräch, Karte... Info, Sozial, Operation... Kampflog... Siegesmeldungen... Nein. Steuerung... Automatisch plündern... Automatisch plündern... Fokus-Ziel aktivieren... Mauswärter... 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 Umkehren... Fähigkeiten Fenster... Nächstes Ziel beim Wechseln an... Zielen... Ziele auf dem Bildschirm... Wechseln... Hoppala... Hat er aber übernommen... Das ist schon mal gut. So, dann lass mal schauen... Also das sind alles Ziele... Ah, der hat schon ein bisschen was drauf hier... Der ist down... Okay, der ist auch down... Egal, kann man hier schön... Looten... Ich müsste aber da rüber, wie ich grad sehe... Vielleicht kommen wir einfach an dem vorbei... Jo, das geht... Oh, der haut aber doch auch ganz schön rein hier... Gut... Aber ich muss sie töten... Das sehe ich grad da oben... Was ich jetzt mache... Ist erstmal hier... Schön... Energie laden... Die brauche ich auch noch... Die sind schon was stärker, wie ich sehe... Level 8 haben die... Könnte knapp werden... Egal... Ich hab's aber überlebt... What a mental... Ach, das war gar nicht mehr Level... Da unten... Ich bin Level 8... Ich bin gar nicht Level 11... Das da oben ist die Anzeige... Wie viele Leute hier online sind... Jetzt raffe ich das erst, ey... Außer Reichweite... Jetzt aber, komm... Oh, 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 oh... Okay... Stufe 9 ist schon mal was... Den schönen Looten... So... Jetzt könnte ich ja bald schon mal... Die ersten Fähigkeiten... Da hinten ist die erste Kiste... Ich sehe da hinten einen... Was ist das... Das ist ein Gold-Elite, oder? Keine Ahnung... Einfach kaputt... Hundert Dinge... Komm, sterb... Jetzt den nächsten... Oh, das hört knapp... Nee, das wird nix... Vielleicht das erste Mal sterben... Egal... Egal, ein bisschen Schwund ist immer... Wieder beleben... Scheiße... Aber das ist das, was ich meine... Wenn du alleine unterwegs bist... Äh... Du hast... Kaum ne Chance... So... So... Was ist das denn hier? Das ist Schnellreise... Das ist Sprinten... Effektivschuss... Hm... Ja, wie komm ich da jetzt am blödsten hin, ey... Okay... Ist irgendwas so dran vorbei... Problem ist der Typ da... Okay, das ging... Ach, das war nur ne Kiste... Oh, wie blöd... Ja, aber die da brauche ich auf jeden Fall... Oh... So... So... Zehn Stück muss ich davon killen... Boah, leck mich fett, alter... Erfolg... Aha... Gehe ich sogar schon fetter Folge, wie ich sehe... So... Dann habe ich gelootet... Jetzt ein bisschen Energie für mich jetzt auch noch aufkommen... Passt... Ich muss... Ich muss da hin... Protokollfehler... Mission nicht ausführbar... Lieferung nicht ausführbar... Dorf Uradam... Protokollfehler... Tja... Und jetzt? Bist du der Droide mit der Vorratslieferung? Ich habe die Vorräte... Sie sind in Sicherheit... Lieferung aufgrund von Protokollfehler nicht ausführbar... Zielkoordinaten nicht lesbar... Ja, du wiederholst dich... Mh... 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 Registriert unter... Dorf Versorgung... Die Mission muss abgeschlossen werden... Würden Sie die Lieferung zu Gizmel Gamm bringen... Ja, machen wir einfach... Ja... Ich bringe Gizmel seine Lieferung... Gut... Mission erfüllt... Abschaltung in... 5... 4... 3... 2... 1... Ah... Ja... Ja gut... Mh... Nehmen wir nach links unten... Oh weia... Da muss jetzt... Ja, pass auf... Gehen wir jetzt erstmal hier hin... Erstmal die Truppe hier besiegen... Du bist ein normaler... Du bist auch ein normaler... Genau, dann haben wir dich schon mal aus den Füßen... So... Direkt looten... Jetzt filmen wir uns erst wieder auf... Muss unbedingt mal... Mehr Medipacks mitnehmen... Sterben werden wir denke ich mal noch... Öfters... Aber wie gesagt... Ich bin einfach nur froh... Wenn ich dann irgendwann mal mein Schiff jetzt in die nächste Zeit bekomme... Genau, der ist down... Und dann einfach... Sagen kann... Weißt du was... L-M-A-A... So... Nehmen wir uns erstmal den da oben... Und machen so einen Kreis... Die ganze Sache hier drum... Da unten ist der nächste... Wie mache ich denn das jetzt am blödsten... Ich denke mal... Ich gehe von der Seite hier ran... Wobei kann ich von hier oben ballern... Tatsache... So... Jetzt kommen die... Und ich kann... Schnell... Aber sicher... Das Ding hier erledigen... Zack Junge... Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? So macht man das... So und nicht anders... So... Der nächste ist auch hier vorne schon... Jetzt muss ich aber erstmal hier drauf... Aufs Gemüt... Aufs Land... Alles Golddinger... Egal... Die alle ignorieren wir... So gut wie es geht... Da unten ist das nächste... Oh... Fucking Boy... Ja... Die kriegen mich down... Die haben mich down... Die haben mich echt down bekommen... Ich fass es nicht... Wird jetzt was schwerer... Ist das ein Gold? Ja... Das sind alles Gold... Ach du Kacke... Wie soll ich denn das schaffen? Am besten hier da oben... Auf den Hügel drauf... Das kriege ich hin... Das kriege ich irgendwie hin... Ich muss nur da drauf... Na komm mach hin... Komm, 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 komm... Go, 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 go... 4... 3... 2... 1... Ich muss gucken, dass ich daran vorbeikomme... Gold Elite darf ich nicht anlocken... Die Silbernen sind soweit egal... So, aber hier hoch... Muss ich irgendwie kommen... Ist das Gold? Ist das Silber? Ist... Silber, es geht... Komm, hau ihn in die Fresse... Es wird knapp... Heilen... Was bin ich denn jetzt so schwach? Was habe ich denn verpasst? Ja, boah... Alter... Das war jetzt super, super knapp... Das muss ich auf jeden Fall irgendwie hinkriegen... Also wie gesagt, von oben wallern... Ein bisschen warten... Und dann irgendwie da runter eiern... So... Aber das kriegen wir bestimmt hin... Gold Elite... Das will ich nicht... Scheiße... Ach, Scheiß und Dreck... Ich hier keinen Sneaky Mode habe... Da komme ich drauf... Oh, ich bitte dich... Mach jetzt keinen Scheiß... Ey, ich sehe doch, dass ich da drauf komme... Willst du mich verarschen? So... Geht doch... Hm... Was mache ich denn als erstes? Mache ich den da drüben am Wasser, würde ich sagen... Und dann den hier... Genau... So... Vom Wasser... Dann muss ich erstmal hier irgendwie weiter hoch... Ja, hier geht's... Super... Tricky, tricky... Aber... Was muss, das muss... Okay... Okay... ... Uh... So... ... ... Das geht nicht, das ist ja blöd Wie mache ich denn das? Miki, Miki, super tricky Verdammte Hacke Ja, ja, komm, hau, ach, verpiss dich Ja, hab ich Sehr gut Sehr gut Jetzt warten wir die 57 Sekunden Das gleiche machen wir denn da hinten Ich weiß, ich weiß Aber Anders schaffe ich das nicht, tut mir leid Sonst gehe ich hier drauf, sonst dauert es Ewigkeiten Ich meine, ganz ehrlich, alleine schaffe ich doch diese Freaks hier nicht Wie viel haben wir denn noch? Noch eine haben wir vor uns Dann können wir hier wieder weg 30 Sekunden Erkaufte Loyalität Das sind alles Helden plus 2 Ach du wei, oh wei Dann werde ich die anderen erstmal abbrechen dann Das bringt es ja nicht Aber denn die eine habe ich geschafft dann Immerhin Eine von den ganzen Heldenquisten hier Na komm Und dann